Der Beauty-Salon Feinschnitt liegt im Herzen der Stadt Stuttgart direkt am Rathaus. Heute werden einige Vorbereitungen hinsichtlich Brautfrisur und Make-up getroffen. Zusammen mit Beauty-Salon-Inhaberin Natalia Taut werden die Wünsche und Vorstellungen der jungen Braut ermittelt. Für einen perfekten Augenaufschlag wünscht sie sich eine Wimpernverlängerung. Hierbei handelt es sich um einzelne Seiden- bzw. Nerzwimpern, die mittels eines speziellen Kleber angebracht werden. Die Wimpern gibt es in verschiedenen Längen, die dann individuell angepasst werden. So hält der unvergessliche Augenblick ca. 4 Wochen über den Tag der Trauung hinaus. Ein perfekter Wimpernaufschlag. Neben verschiedener Beauty-Produkte werden Haarteile sowie exklusierter Haarschmuck angeboten. Um das Strahlen des weißen Brautkleids zu unterstreichen, möchte die Kundin noch einen braunen Tau. Am schnellsten und gesündesten erzielt man diesen Effekt durch Airbrush Tanning. Eine Lotion wird unter Verwendung eines speziellen Sprühkopfs aufgetragen. Durch seinen feinen Aufbau ist eine ebenmäßige Bräune innerhalb Sekunden möglich. Sie hält bis zu 9 Tagen. Doch was wäre eine Braut ohne entsprechender Frisur und Make-up? Feinschnitt bietet exklusives Brautstyling in Form von aufwendigen Hochsteckfrisuren und langanhaltendes sowie professionelles Make-up. Gerne wird auch vor Ort gestylt. Feinschnitt, um Schönes schöner zu machen. Und jetzt ab ins Fotostudio. Und jetzt ab und auf alle Reifstelemente. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.